So Ding 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 Hallo Habe ich jetzt einfach den ganzen Blut bekommen oder? Ich denke mal nur Na dann irgendwas schönes noch hier Na schon mal nicht, schau du So Okay Sollte wohl was passieren, aber es ist nichts passiert Ich hatte jetzt Achte, dass hier die Schatz drüber ist, deswegen Weil irgendwie Ich muss immer nach unten laufen Lass ich hier weg So Da kommen wir jetzt auch schon das nächste Ding ist aufgedeckt hier Hallo Hallo Das nächste war tatsächlich Ich weiß noch mal was los Ich weiß noch mal was los Okay Interessant eigentlich Ich weiß noch mal was Ich weiß noch mal was Ich weiß noch mal was Mascher Ich weiß noch mal was Zona. Guck mal, nehm. Oh, blödsinn. Oh, blödsinn da. Oh, blödsinn. Oh, blödsinn. Blödsinn. Okay. So. Wir haben das auch erledigt. So, Otomashi, okay. Fälschkalt, Stufenaufstieg, Windstufe 8 schon. Ist ja cool. So. So. Hier ist doch der Mix schon, ne? So. Oh. Das ist wohl einer dieser Samurai. Aber ich darf nicht gegen kämpfen. Dann geht mein Wanted Level hoch. Hab ich das jetzt nicht verstanden. So, Otom für mich wäre. So, ich muss irgendwie hier rum. Ach, da oben ist dein Ziel, okay. Ist das ein Waschbär, oder? Okay, ich muss, ach, da ist ein Auto. Hier ist ne Leider. Das wird dann recht simpel noch. Zack. Und... Bumm. Stufe 3. Oh, guck mal. Jetzt werde ich davon aus dann... ...losen können. Ah, mir wird die Schatz gestern gezeigt. Ah, cool. Und dann hätte ich mal sogar das komplett fertig. Ist auch nochmal ein Händler. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Jetzt wird mir hier die Ruhe. Der Flucht. Okay, und wir haben mir die jetzt angezeigt. Oh, der ist auch jetzt da. Ob ich das entsprechende Level habe, oder was? Ah, hier muss ich immer noch bei Nacht waren. Okay, dann kommen wir jetzt zu Europa. Guck mal, nach Typen herumgehen. So, ich muss in... ...die Richtung. Okay. Hui. So. Ähm. Jetzt muss ich die Kamera auf dem Boden kommen. Hä? Oh. Komm mal, steigen wir hier rüber. Ich hab das erst einmal so rum nochmal laufen. Und das geht's. Ah, so rum. Okay. Man ist aber hier schon. Ist auch gefuckt. Sag mal, Leidenschaft. Erster Abschluss. Aufschlussbelohnung auf den. Ist ja schön. Ja, und da hab ich mich mal gepackt. Ich da hochkommen, glaub ich, ne? Ja, genau. Hier war ja, genau. Hier war es halt der Schrein. Oh. Boom. Fertig. So, dann kommen wir jetzt... Es ist doch hier einer aufgetaucht. Okay. Okay. Wollen wir den da machen? Oder gehen wir das mal hin? Zack. Machen wir das mal den da. Na, aber der ist nämlich schön fertig. Sehr cool. Hui. Verdienen wir uns unsere Abschlussbelohnung? So, muss auch hier sein. Zack. Ach, guck mal. Jetzt ist der. Na. Oh. Oh. Das war simpel, würde ich sagen. Sehr schön. Oh. Cool. So. Ah, für Spaß mal gucken. Ja, danke, danke, nee. Ich hab schon ganz oberen Checklist gehabt. Hören wir mal da hin. Ups. So, ich müsste einfach nur den Weg führen. Okay. Das sollte ja kein Problem sein. Schuck. Ich muss jetzt nochmal den hier auf ansneaken. Sneak, 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 sneak und... Was hat sie? Ah. Oh, und so. Tot ist er, tot. Äh, bei dem Gebäude waren noch da jetzt gerade nette Menchies. Sind die netten Menchies jetzt tot? Äh. 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 Oder ist der drin? Äh. Äh. Ist drin, okay. Na gut. Finde ich durfte, wir waren jetzt schon mal da gewesen. Warum der jetzt... Ah, wir haben einen Fehl anbekommen. By the way. Äh. 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 So, einfach. So, da haben wir den auch. So, und der hat hier da. Wird mir hier angezeigt. Der geht aber erst bei Nacht. So, hier. Gut, fehlt uns die Fotografie noch. Dann reisen wir hier hin und dann... Let's go. Laufen wir dahin. Ich glaube, ich muss da... Ich muss doch eher hier noch einen kaufen. So. Ich mag unsere Dashi so. Das hat mir schon die Stärke. Macht schon Schaden. Echt cool. So. Was, jetzt gibt's kein Gegner, der sich uns widersetzen kann? Nicht noch einen richtigen Weg? Jo, nicht. Aber ich glaube, ich habe ja gesagt, wahrscheinlich ein Stein im Hauptbaum wird er sein. Sag ja schon so danach aus. So. Und... Und... Ja. Und schon ist der auch besiegt. Nichts besonderes. Ach, guck mal, jetzt ist der Weg hier offen. Oh. Hier war noch Gegner, ne? Warum... Warum... Willst du nicht tot? Ach, du Scheiße. Nein, ich war noch nicht so auf den Sack. Nichts. Und dann da wirds Entschuldigung So, okay, jetzt ist der Weg hier auch offen, sehr schön. So, haben wir das alles untergedeckt, so hier, ein Flüchtling, eine Katze, eine Schatztruhe und zwei Fotografien, okay, dann reißen wir bei ihm hier hin, ich liebe es einfach so Zeug zu machen, das ist auch angenehm, mit der Menge her, finde ich, und so. So, ich würde gerne irgendwie da hinfliegen, oder mal hinkommen, was... So... Was bist du denn für einer? Wie kann ich dir helfen? Oh, chinesische Robbe, cool, dass sie so unterschiedliche Sachen dann haben. Ist doch cool. Wie kann ich dir helfen? Der Drei Reiche, oh. Auch nett. Ein Go-Brett. Aber ich wollte mal Go spielen lernen, habe ich schon nie gemacht. Das ist doch gar kein Problem. Nicht? Äh... Einfach offen mal diesmal, würde ich sagen. Aber halt nur so Kack-Waffen, würde ich sagen. Guck mal, das wäre ja dann ein guter Säbel, ne? Im Grunde. Ja. Obwohl, der griff auch nachts. So, weg ging der ein ganz gut. Äh, das war auch wieder eine andere Waffe, okay. So. Oh. Ich hab... Franz. Uiuiui, okay. Wir haben ein Langschwert bekommen. Okay. Scheinbau. Dauer, Verbundenheit hinzugefügt. Erfahrungsgewinn. Den darf ich leider nicht verkaufen. So, dann hier. Die Verkauf, den Ballon da drauf verkaufen. Da drauf verkaufen. Das und das und das, jawohl. Und das hier und das hier. Aber wie viel haben wir bekommen, ey? ETF. Hm, so, 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 so. Und von denen, da verkauf ich jetzt mal nix. So, okay. Also, verkauf, was kriegen wir? 34? Ja, natürlich. 1.300, okay. Jetzt könnte man noch notfalls was verkaufen. Okay. Komm gern wieder. Dankeschön. So, und da wollte ich noch nicht hin, weil das das schöne, nice, gemäht ist. So, ich wollte mal wissen, wie oft die andere Seite dieser Lounge morgens sind, um noch den Rest zu entdecken. Was? 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 Da läuft ja heute eine Treppe runter. Wie geht das? Was? So, was? So, was haben wir denn jetzt hier? Ich glaube, wir werden hier irgendwie was haben, ne? Ich suche einen Schatz noch, ne? Einen Schatz. Eine Katze noch. Ich glaube, den Schatz habe ich dann gerade gefunden. Wow. Danke. Also, manchmal sind echt diese unsichtbaren Wände, die du nicht erahnen kannst. Echt nervig. Na schon wieder. Ich falle einfach runter. ich steuern wie sonst hallo ist irgendwas ich erzähle in acht reichen des kommunismus ich hätte mir jetzt auch nicht wasser Leute also hier kann ich es auch nicht so ich habe es auch nicht so ich habe es auch nicht so ich habe es auch nicht so Was soll dieses Klimpern? Ich hatte jetzt erst an eine Katze gedacht, aber Katze macht Miau. Deswegen... Da ist auch nur ein Schatten mit einer Krankheit. Zumindestens. Kommt das jetzt wieder das Geräusch, wenn ich hier lang gehe? Jetzt kommst du nicht wieder. Ach guck mal, die Wege sind jetzt auch... Warte mal, das ist noch ein anderes Gebiet jetzt. Oh, man kann nicht schreien. Wippa, hallo. Ich glaube ihr würdet sehr, sehr viel noch später abspielen. Aber er kann wirklich erst später. Mit Missionen und so. Halt eben. Da habe ich auch eine Katze gebraucht. Na gut, doch nicht. Ich mache eine Katze. Oh, was brauche ich noch? Oh, da habe ich schon... Hochstufe 12. Okay. Rechte habe ich gefunden. Ich baue nur die Katze und die Schatze trüdig gezogen, aber... ...waren ich halt nicht gut genug. Okay. Schade. Vielleicht bin ich mir zu interessiert, wenn ich mit 12 wohne. Ah. Schauen wir mal. Das ist der hier, ne? Ja. So. Ich kann leider keinen... 1-Loft. Wow. Ich bin nur die falsche Stelle runtergesprungen. Oh. Ich bin nur die falsche Stelle runtergesprungen. Oh. Oh. Uah. Ach man. Jetzt irgendwie nicht mehr hier raus, oder? Oh. Das wollte ich nicht. Was ist das so? Oh. Kann ich vielleicht irgendwo ein Katze sehen oder hören? Oh. Ich hab einen Katzen auf jeden Fall entdeckt. nach der vorne, oder? ja, du Kätzchen hm, komm doch mal hier ah, voll mir die Katze, nice also zumindest so so, acht Kätzchen haben wir gefunden so, wenn ich jetzt hier lang, dann lauf ich hier jetzt einfach lang und dann lauf einfach runter tsch, 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 tsch jetzt zu dem Typen so, dann speichern wir jetzt nochmal weil ich jetzt die Skizzen habe so oieieiei, okay auha oh, der hat echt schon ja, oh Scheiße AHA Erwicht Bayonett haben wir bekommen ui der hat aber ordentlich gesessen cool wie viel wir freigeschaltet haben mir fehlt ja eigentlich nur die Schatzkruhe hier wahrscheinlich hier irgendwas hab ich jetzt bei der WF-Mutschuld weil ich bin ausgestattet oh oh da müssen wir wenn man nicht öffnen soll ist doch okay so dann müssen wir erstmal einen Weg rein finden alles klar ganz zhaft dann kann ich nicht hochspringen WTF dann muss ich da hoch oh das wollte ich nicht wie komme ich da jetzt hoch am besten ja darf ich nicht hoch aber da komme ich auch nicht einfach hoch da muss ich erst irgendwie kann ich über den Baum da rüberspringen so ist sowas kann ich über diese Spur ja cool okay ich sag mal er viele Probleme hat bin ich schuld wo ich jetzt einfach mal bergen ne kommt wirklich rüber da muss ich jetzt irgendwie da hoch springen Aber hier darf ich ja nicht ran, ne? Okay. Das ist auch kacke. Dass ich nicht einfach hier hoch kann, so weißt du? Zudem nicht. Alter. Ich bin da einfach mal eben hoch und gut ist. Und sich einfach den weg hier. Na ja, schade. Echt nicht leicht. Ach. Ich hab noch ne Idee. Ich bin ja eigentlich schon dumm, ne? Ich kann einfach den machen. Einfach mal... ...ein Ding sonst zu nutzen. Einen Leiter. Oh, Dashi-Schwanz-Säbel. Reiserlicher Ochsen-Schwanz-Säbel. Oder war? Ich kann mich schon lesen. So, also gab jetzt wieder ordentlich Zeug. Nice. So, was haben wir jetzt hier? So, wir haben ein neues Katana. Das tauchen wir uns mal rein. So, dann haben wir jetzt hier... Das ist unser Odashi, okay. Okay. So, was haben wir hier bekommen? Ein Säbel. Sicherlich, wo wir es waren. Sicherlich, dass das ein Zweender ist. Die Toys. Und Attacke. So. So, wir haben auch ein Zweender, oder? Wo ich die Zäbel dran hab. Da wäre ich ja mit dem krasser dann eigentlich. So. So. So, ich habe hier immer nur noch einen neuen Winzer bekommen. Und hier einen kostenlosen Bogen. So, hier. Langweilig. Eigentlich. Aber gut. So. So. Das, was wir alles so bekommen haben, schon. Das haben wir bekommen. Das haben wir bekommen. Da. Das haben wir dann alles bekommen. Inventar. Was haben wir noch hier? Ach das da. Noten des Schicksals. Gibt dies einer Person, um eure Verbindung besonders zu vertiefen. Egal, welche Geschenke sie bevorzugt. Oh, das ist also so ein Geschenk. Wenn du das schenkst, dann hast du auf jeden Fall gewonnen.